Denken Sie an Ihre Kinder. Ich tue das täglich. Bringen Sie ihnen einfach schon früh bei, wie wichtig gute Ernährung ist. Saft ist nicht nur gut für Sie, er schmeckt auch lecker. Anstelle von zuckrigen Limonaden werden Ihre Kinder Sie um selbstgepressten Apfelsaft, Orangensaft, was auch immer bitten. Sie können doch heimlich ein paar Karotten oder Sellerie hineintun. Mütter, Sie werden es nicht einmal merken. Und Sie werden erstaunt sein, wie gerne Kinder ihren Saft selbst zubereiten. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Beta-Carotin in Karotten in den empfohlenen Dosierungen sehr gut für die Augen und für die okuläre Gesundheit ist, besonders für die Retina. Aber es hat sich jetzt auch gezeigt, dass das Lutein, das man in hohen Dosen in grünblättrigen Gemüsen, hauptsächlich in Spinat findet, noch wichtiger für die Makula und für die Vorbeugung von makularer Degeneration ist. Wir stehen hier bei der Eston Garden Community und auch hier ist der Jack LaLane & Safter ein echter Hit. Seid ihr soweit? Wir sind soweit. Wir sind soweit. Na dann, los! Noch einen Apfel. Wow, geht das schnell? Und rein damit. Und rein damit. Und rein damit. Und etwas Petersilie. Und eine Scheibe Ananas. Das macht Spaß. Rein mit der Tomate. Das geht so leicht, so einfach. Gib her. Sieht das gut aus. Es ist gut. Willst du davon? Das ist kastlich. Es macht Spaß und es ist gesund. Ich hab nach euren Rezepten einen Karottenkuchen gemacht und Pasta, Soße und Suppen, alles mit dem Fruchtfleisch. Aber das Beste ist, ich produziere für meine Zwillinge meine eigene Babynahrung. Meine Frage ist, ist dieser Entsafter so leicht zu reinigen wie der andere? Ganz einfach. Leg diesen Schalter um, nimm das Oberteil ab, nimm das raus. Manchmal spüle ich es einfach unter heißem Wasser ab, aber es ist spülmaschinensicher. Du kannst also beides machen. Dann nimmst du das hier einfach ab und das Auffanggefäß. Man kann alles in den Geschirrspüler tun. Man kann alles in den Geschirrspüler tun. Auch den Saft extra tun. Und das Auffanggefäß. Lässt es sich leichter reinigen als das? Auf jeden Fall. So leicht, dass ich das sogar machen kann. Das stimmt. Nimm, stimme ich zu. Es ist schön etwas frisch gepresstes zu trinken. Der Jack LaLane Entsafter ist fantastisch, gelinde gesagt. Einfach im Gebrauch, ganz einfach. Denn wenn man älter ist, ist das von großer Bedeutung. Ich habe hier Karotten und Sellerie, die ich gleich hineinstecken werde für einen kleinen, schnellen Drink. Falls Sie es nicht wissen, Karottensaft schmeckt richtig süß. Wie wäre es mit ein wenig Spinat? Viele Leute wissen nicht, dass man Spinat entsauchen kann. Aber pass auf mit dem Jack LaLane, Houser, Gildpress, Grün und Wunderbar. Siehst du, wie toll das ist? Spinat ist so reichhaltig an Eisen und anderen Nährstoffen. Geben Sie doch ein wenig Spinat dazu und probieren das Ganze mal. Schmeckt es dir? Okay, wer es nie versucht hat, es schmeckt sich. Ich möchte einen Toast aussprechen. Auf einen der nettesten Menschen auf dieser Welt. Auf Sie. Okay, ich gebe ein Stück Wassermelone hinein. Wassermelone? Sieh mal, wie es rauskommt. Es fließt nur so raus. Eine kleine Zitrone und eine kleine Orange und... So viel Vitamin C. Ananas mitsamt der Schale. Ananas. Hier kommt der Saft. Da ist er. Sieh nur, er fließt einfach so raus. Das gibt mir einen kleinen Energieschub. Das gibt dir einen kleinen Energieschub. Die Tülle nach oben schieben. Ladies und Gentlemen, ich habe solche Schuldgefühle. Wir genießen alle Vorzüge dieses wundervollen Saftes. Und Sie zu Hause haben nichts. Sie brauchen einen Entsafter. Ich bin Personal Trainer und habe mich auf Prä- und Postnatale Fitness spezialisiert. Ich habe vor viereinhalb Jahren Fit Mom gegründet. Dieses Programm hilft Frauen fit zu bleiben und sich auf die Geburt vorzubereiten. Die gesundheitlichen Vorteile des Entsaftens für Schwangere sind unendlich. Das Entsaften versorgt die Schwangeren mit Eisen, Folsäure und Vitamin C. Ich würde den Jack-Lelaine-Entsafter jedem empfehlen, der sich bewusster ernähren möchte. Ich fühle, dass ich viel mehr Energie habe. Das Entsaften gibt mir jedes Mal das Gefühl, dass ich unendlich viel Gutes für mein Baby tue. Weißt du, Jack, das kompakte Design des Powerjuicer Express ist ziemlich erstaunlich. Er hat maximale Power bei minimalem Verbrauch. Ihr habt alte Vorzüge beibehalten und neue hinzugefügt, wie den großen Schacht, in den man ganze Äpfel und Birnen reinstecken kann. Die Tülle ist toll, weil man sie hochklappen kann und sie nicht tropft. Sie haben jetzt die Chance, Ihren eigenen Jack-Lelaine Powerjuicer Express zu bestellen. Wählen Sie nicht den bequemen Weg mit Schokolade, Limonade oder mehr Kaffee. Machen Sie sich jetzt schnell und einfach frisch gepressten Saft. Dank der amerikanischen Fitness-Ikone Jack-Lelaine haben über eine Million Menschen weltweit den gesunden, bekömmlichen, wohlschmeckenden, frisch gepressten Saft entdeckt. Wir präsentieren den Jack-Lelaine Powerjuicer Express. Seine nicht tropfende Tülle und der neu designte Auffangbehälter garantieren weniger Abfall und noch leichteres Reinigen. Er hat die gleiche Qualität, einen effizienten, leistungsstarken Induktionsmotor und hochwertige, rostfreie Stahlklingen, die 30% mehr Saft liefern als die meisten handelsüblichen Entsafter. Sie können ganze Früchte hineintun, ohne sie zu zerkleinern oder zu schneiden. Es geht einfach und so schnell. Und sehen Sie, bis zu 30% mehr Saft. Beim Jack-Lelaine Powerjuicer Express ist das Fruchtfleisch trocken. Bei anderen Entsaftern können Sie immer noch Saft herauspressen. Die nicht tropfende Tülle und das übergroße Fassungsvermögen des Auffangbehälters garantieren weniger Abfall. Sie können aus den Fasern und Nährstoffen des Fruchtfleischs leckere Salsa, köstlichen Karottenkuchen, Pastasaucen, Babynahrung und vieles mehr zubereiten. Sie erhalten zusätzlich eine Sammlung toller Rezepte zum Kreieren der leckersten Mischungen. Diese Säfte schmecken nicht nur toll, sie sind voller Vitamine und Nährstoffe. Sie erhalten den unglaublichen neuen Powerjuicer Express und die wundervolle Rezeptsammlung von Jack und Elaine. Über eine Million Menschen weltweit genießen den gesunden, natürlichen Geschmack von frisch gepresstem Saft. Wie schnell und einfach das Entsaften von frischen Früchten und Gemüse mit dem Powerjuicer Express doch sein kann. Wählen Sie jetzt 080 5 090 090. Bestellen Sie Ihren eigenen Powerjuicer Express und Sie erhalten zusätzlich die Geheimrezepte von Jack LaLanne. Bestellen Sie Ihren Jack LaLanne Powerjuicer Express jetzt 080 5 090 090. Bestellen Sie sich.